Hallo, mein Name ist Mario. Ich habe eine weitere Folge zu meiner Themenreihe Widersprüche der Bibel. Heute möchte ich mich mit einem wichtigen Thema befassen, was uns immer wieder begegnet, das nämlich behauptet wird, die ersten Christen hätten gar nicht geglaubt, dass Jesus Gott ist. Und auch Konstantin der Große hätte zum Konzil zu Nicea 325